Freitag gibt es eine weitere Folge von Softwarearchitektur im Stream und ich habe Henning und Stefan eingeladen. Henning, magst du dich kurz vorstellen? Ich bin Henning, ich bin CODA-Coach und Consultant. Das heißt, wenn ich Glück habe, darf ich mit der Hand an der Tastatur arbeiten. Außerdem mache ich auch das, was davor passiert, nämlich verstehen, was in der Domäne los ist. Darüber werden wir auch am Freitag sprechen. Wie malen wir Männchen und Pfeile und können damit die Domäne verstehen mit Domain Storytelling. Stefan, magst du noch kurz zwei Worte über dich sagen? Ich bin Stefan, bin ein Kollege von Henning, bin seit 15 Jahren Wahlhamburger und treibe mit Henning gemeinsam Domain Storytelling voran. Ich beschäftige mich in meinem beruflichen Alltag ganz viel mit Collaborative Modeling, also mit Methoden wie Eventstorming, Domain Storytelling, User Story Mapping und fühle mich ganz besonders da zu Hause, wo sich die Bereiche Anforderungsermittlung und Domain Driven Design treffen. Genau und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wir werden also Freitag über Domain Storytelling reden. Das ist ein kollaborativer Ansatz zur Modellierung und das Besondere dabei ist, wir werden gleich live eine Demo machen und sehen, wie sich das in der Praxis fällt. Wir freuen uns alle auf Freitag und auf zahlreiche Teilnahme.